Struzio Camelos. Das machen wir denn jetzt fort. Das klingt nach einem Hahn. Hier wird er ganz nass. Dreckfressen tun sie auch. Bei dem Matsch rutschen sie alle weg. Macht das dann Spaß sich da so hinzusetzen. Tut das schmeißig. Hm. Ich würde bei dem Matsch aber auch ausrutschen. Ich würde bei dem Matsch rutschen.